Hallo, hier ist wieder euer Martin von Heiko Sportiv. Heute möchte ich euch vorstellen, was wir alles Neues für den Volvo XC60 T8 Polestar Ingeniert entwickelt haben. Zum einen haben wir hier ein tieferlegendes Kit entwickelt, der mit dem Original Öhlins-Fahrwerk von Polestar harmoniert und das Fahrzeug um ca. 25 mm tieferlegt. Schaut es euch an! Und dann haben wir noch geprüft, ob unser Body-Kit vom XC60 R-Design beim Polestar auch passt. Wie ihr sehen könnt, passt auch, harmoniert sehr gut mit dem Polestar. Des Weiteren haben wir unsere Sport-Klappenabgasanlage an den T8 adaptiert und das Ergebnis könnt ihr euch jetzt gleich gerne mal anhören. Also hier haben wir im Innenraum haben wir den Taster für die Sport-Klappenabgasanlage verbaut und durch einmaliges Drücken des Tasters geht hier die blaue Beleuchtung an und die Klappe ist aktiviert. Umgekehrt, einmal Taster drauf, Klappe ist wieder deaktiviert. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem kurzen Video und bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!